In diesem Haus bin ich geboren worden. Wir können hier unmöglich wohnen. Ich brauche jemanden für die Schiffsmeldung. Außerdem kümmerst du dich um die hiesigen Autounfälle. Mach ein Foto, schreib die Story. Fang damit an, dir ein paar Schlagzeilen auszudenken. Was siehst du? Wie wär die Schlagzeile? Horizont bezieht sich mit dunklen Wolken. Unmittelbar bevorstehender Sturm bedroht Gemeinde. Dunkles Geheimnis kommt selten allein. Schiffsmeldungen. Heute, 20.15 Uhr auf S1.